Es ist wieder Zeit für die YouTube-Bundesliga und somit herzlich willkommen zum elften Spieltag live aus der Wölf Arena hier in Wolfsburg. Herzlich willkommen zum Spiel FC Wolfsburg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Wölfe sind auf Platz 9 und der 1. FC Kaiserslautern ist auf Platz 14 und natürlich ist eine Sache sehr klar, sie brauchen Punkte und wollen sie dementsprechend auch. Deswegen dürfen wir gespannt sein, wer sich hier und heute besser durchsetzen kann in der verkauften Wölfe Arena und man sieht es hier, Fans von Wolfsburg und Kaiserslautern sind hier und machen wirklich unglaubliche Stimmung. Schauen wir jetzt mal auf die beiden Startformationen, zunächst der FC Wolfsburg mit dem 4 für Mainz, Andrea ist im Tor und unter anderem auf dem Platz sind Horn, Höfler, Bauer, Huckmann, Stress, Vasilev und Masek. Kaiserslautern mit dem 4-3-3, Kretschmann ist im Tor und unter anderem auf dem Platz sind Bittner, Hain, Zander, Brankow, Richmond und Byrne. Die Gastgeber heute einmal mehr im grünen Trikot, dürfen auch gleich hier anstoßen und spielen von links nach rechts. Kaiserslautern hier in den schwarzen Trikots von rechts nach links und wir dürfen sehr gespannt sein, wer sich hier durchsetzen kann. Oder wird es vielleicht doch nur ein Unentschieden? Man weiß es nicht, auf jeden Fall, das Spiel hat begonnen und wir dürfen sehr gespannt sein, wer es hier am schnellsten angeht und die Chancen herausspielt. Und das ist jetzt Horn, Watzlaweck, Stress. Ah, da sollte Masek den Ball bekommen, war schon mal ein guter Ansatz, aber jetzt Kaiserslautern hier am Ball und das Brankow. So, Lipinski zu Richmond. Rohrbach. Rohrbach macht das gut. Rohrbach macht das weiterhin gut und das schießt da und der Ball landet ohne Probleme bei Andrea. Man hört die Fans, sie machen ja wirklich eine richtig gute Stimmung, egal wo wir mit der YouTube-Bundesliga sind, in den verschiedensten Arenen, hört man einfach dieses unglaubliche Feeling. Egal, ob das jetzt in der Rotwasser-Arena vom FC Renétopia ist, hier bei den Wölfen, in der Wölfe-Arena, im Stadion an der Friedhofstraße und da haben wir gerade ein V gesehen und die Fans reagieren dementsprechend auch, aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Ja, soweit ich sagen wollte, es gibt überall, in jedem Stadion einfach super Stimmung. So, und jetzt müssen wir darauf achten, was die Wölfe hier anstellen. Jetzt gar nichts mehr, der Rohrbach hat den Ball. Brankow jetzt. Lässt sich da von Watzlaweck auch nicht abdrängen oder was? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Jetzt Byrne, der den Ball hier bekommt. Flanke, aber keine weitere Gefahr hier. Jetzt muss der Ball aber auch ausgefahren, so raus. Und das ist Vasilev, zu Stress. Da wäre Rohrbach gewesen, der hätte den Ball auch beinahe bekommen, aber die Wölfe passen soweit gut auf. Das ist jetzt Masek. Masek zwei gegen einen. Ah, die Abwehr von Kaiserslautern. Und die ist in den letzten Spieltagen wirklich richtig aufmerksam gewesen. Und dementsprechend kein Wunder, dass sie da auch jetzt perfekt gestanden haben. Das ist jetzt Lipinski. Zu Byrne. Zander. Ah, jetzt kommt die Flanke. Kopfball aber leider in die falsche Richtung. Leider auch der Falsche, der den Ball am Ende bekommen hat. Da ist jetzt Masek gegen Lipinski. Und Masek kann den Ball dann doch noch retten und zu einem Kollegen spielen. Jetzt aber der Ball weg. Nämlich wieder bei der ersten FC Kaiserslautern. Und es sind mittlerweile 25 Minuten gespielt. Noch steht es hier 0 zu 0. Zander jetzt zu Richmond. Richmond zu Byrne. Jetzt ist die Frage, kommt der da gut weg? Ja, Kopfball wieder und Schuss. Und jetzt müssen die Wölfe hier auch passen. Kaiserslautern hat nämlich schon hier gemerkt, dass sie Chancen herausspielen können. Ich würde sogar sagen, also auf dem Papier geschrieben, klar sind die Wölfe besser. Aber wenn man hier nach der Leistung geht, von diesen 30 Minuten, die wir hier schon gesehen haben, dann sind beide doch recht ausgeglichen. Finde ich zumindest. Wie findet ihr das, liebe Zuschauer? Schreibt es doch mal gerne hier unter dem Video, unter die Kommentare, ob ihr findet, dass diese beiden Mannschaften wirklich neutral bzw. ausgeglichen sind. So, konzentrieren wir uns wieder auf das Wesentliche, nämlich, da wo wir den Ball hat. Und das ist jetzt Horn. Watzla weg. Das ist Horn und der Ball geht über die Linie. Es gibt Einwurf und das macht Zander. Wir sehen hier den Ballbesitz. 52 zu 48. Wirklich viel Unterschied ist das jetzt nicht. Und das merkt man auch nicht so wirklich. Ah, und jetzt ist der Ball futsch bei den Wölfen, ist er jetzt. Das ist jetzt Masek. Aber da war keiner, um ihn noch anzunehmen. Somit jetzt Bittner für Kaiserslautern am Ball. Lukas zu Rohrbach. Lipinski zu Branko. Lukas zu Richmond. Oder auch nicht. Und irgendjemand war da gerade auf dem Boden gewesen, hat sich aufgeregt. Aber ich habe, um ehrlich zu sein, nichts gesehen. Die Wölfe inzwischen wieder am Ball. Und das ist Horn. Der jetzt zu Hubmann. Höfler. Der Ball landet wieder bei Kaiserslautern. Lukas. Zu Branko. Und der zu Rohrbach. Da ist Richmond. Zu Branko. Zander. Öhn. Branko jetzt zur Stelle. Ja, aber was soll er da machen? Er muss ja irgendwas machen. Ui, 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 ui. Und da wurde ein Spieler von Kaiserslautern gefoult. Aber alles noch im Rahmen. Was auch im Rahmen ist, ist die Leistung der beiden. 0 zu 0 gibt es und bisher ist das auch verdient. Wir sehen uns gleich wieder. Dann sind wir wieder da für die nächsten 45 Minuten hier in der Wölfe Arena an diesem elften schönen sonnigen Spieltag. Und es steht, wie gesagt, 0 zu 0 unentschieden. Und die richtig heißen Chancen, die bleiben uns bisher noch verwehrt. Aber wer weiß, was da so in den Kabinen passiert ist. Man weiß ja nicht, was die Trainer gesagt haben. Ich kann mir aber nur vorstellen, das ist hier wirklich Motivation. Und Ende war! Und da sage ich, da bleiben uns die heißen Chancen verwehrt. Da kommt die Erste durch die Nummer 25, durch Grinker. Da sehen wir es nochmal. Grinker und dann kommt da Kretschmar gerade noch so dran, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, und somit gibt es jetzt Ecke und das macht Watzler weg. Jetzt vielleicht die super Chance hier für den FC Wolfsburg. Die Ecke kommt schon mal gut rein. Und ja, dann war es das auch schon wieder. Aber wenn er sich jetzt umdreht und wenn er nicht zu viel Zeit braucht, dann könnte das jetzt hier die nächste machbare Chance werden. Das versuchen sie auch jetzt. Grinker wieder! Aber der Ball geht diesmal deutlich weiter neben. Aber eben das, das war wirklich sehr schön gemacht. Wir sind hier übrigens jetzt gleich jeder 53. Minute. Und diese eine heiße Chance haben FC Wolfsburg in der Tasche. Aber was bringt eine Chancen, wenn keine Tore kommen? Das ist das, wonach die beiden Vereine hier noch auf der Suche sind. Ja, und das sah gefährlich jetzt aus. Kaiserslautern kam da sehr nah an den Kasten von den Wölfen von dem FC Wolfsburg. Und sind immer noch sehr nah dran. Und das ist jetzt Richmond. Richmond zu... Ach Quatsch, was sage ich da? Ich habe auf die andere Seite geschaut. So, jetzt haben wir Bären! Jawohl, da ist der Ball dann doch mal drin. 59. Minute. Der erste letzte Kaiserslautern geht hier in Führung. Das steht es auch auf der Tafel. 1 zu 0 für Kaiserslautern. Und das haben sie sich verdient. Da sehen wir es noch mal. Ein klein wenig durcheinander. Aber da achten sie perfekt drauf, wo die Gegner stehen. Und am Ende, Bums, hat Andrea keine Chance mehr, den Ball hier irgendwie zu halten. Da sehen wir es noch mal als schöner Schuss hier nach hinten. Ball ein bisschen abgeprallt. Und dann Bums, Bern macht das Ding hier zum 1 zu 0. Super schönes Tor. Ja, die eine heiße Chance hatten zwar die Wölfe gehabt, aber Kaiserslautern zeigt, wir brauchen nicht unbedingt heiße Chancen, sondern Tore. Und deshalb sind sie auch verdient in Führung. 60 Minuten sind hier gespielt. Eine halbe Stunde gibt es hier noch jetzt zu spielen. Und Kaiserslautern, die wissen jetzt, wie sie sich am besten angehen könnten. Wollten es eventuell jetzt gerade wieder so versuchen. Aber Lukas verliert jetzt den Ball. Eben als Richmond hier versucht. Jetzt aber Masik am Ball für den FC Wolfsburg. Man muss da auch passen, dass er den Ball da nicht verliert. Wasilev jetzt und jetzt ist der Ball weg. Hain. Lipinski zu Branko. Bittner. Lukas zu Rohrbach. Und das ist jetzt Richmond wieder gefährlich nah im 16er. Ah, da sollte die nächste Chance kommen. Erwinter das nächste Tor. Aber der Ball etwas zu weit. Und das ist jetzt Hubbahn. Watzler weg. Und der Ball bei dem ersten FC Kaiserslautern jetzt gelandet. Und ich finde, das Stadion ist etwas ruhiger geworden. Seit dem Tor von Byrne sind zumindest die Wolfsburger deutlich leiser geworden. Ja, jetzt wird es doch wieder etwas lauter. Man hört die Pfiffe im Hintergrund. Und Kaiserslautern wittert hier die nächste Chance. Kommt hier aber auch die nächste Chance. Ball abgeprallt an einen Gegenspieler. Und zunächst der Versuch, eine Chance rauszuspielen. Vorbei. Futsch. Finito. Klinker jetzt. Ja, prallt den Ball gegen einen Kaiserslautern-Spieler ab. Und Andrea läuft da gerne mal mit nach draußen. Spielt da auch ein klein wenig mit. Aber Kaiserslautern hat den Ball inzwischen wieder. Und versuchen hier jetzt natürlich, die Zeit zu überbrücken. 1 zu 0 ist eine knappe Führung. Klar, FC Wolfsburg kann hier immer noch ein Tor machen. Aber zunächst gibt es hier eine Auswechslung. Simba kommt für Richmond. Es gibt eine Ecke von Rohrbach. Und was Konzol auskommt für Brankow. Meine Güte, was mein Name. Und die Ecke hat nicht so ganz funktioniert. Aber da wollten sie es wieder versuchen. Und das sah sehr nah aus. Aber jetzt hier Wolfsburg wieder im Ballbesitz. Aber Simba bekommt da ganz kurz den Ball. Jetzt ist der Ball aber futsch. Nämlich wieder bei den Herren in grün. Und die wollen jetzt die restlichen paar Minuten nutzen, um hier doch noch ein Tor zu machen. Aber irgendwie, irgendwie schaffen sie es nicht. Was Konzol aus ist das jetzt? Ja, am Ball. Und es bleiben noch wenige Minuten bis zum Sieg hier. Für den 1. FC Kaiserslautern vorausgesetzt. Und das kann man sich gerne dick und fett markieren. Vorausgesetzt. FC Wolfsburg schafft es hier nicht mehr zu einem Tor. Und Rohrbach wollte hier das 2 zu 0 unbedingt haben. Und jetzt Doppelwechsel. Ilk für Vasilev und Merz für Masek. Also nochmal hier last minute gewechselt. Aber ich befürchte für den FC Wolfsburg, guckt das ein klein wenig zu spät. Ich bin mir da sicher, dass es jetzt hier den Pfiff gibt. Jetzt gleich nach der Nachspielzeit. Und Kaiserslautern sich das Ding sichert. Jawohl. 59 die Minute. Bern macht das Tor. Und somit geht der 1. FC Kaiserslautern nach Hause mit 3 Punkten gegen FC Wolfsburg. Glückwunsch zu diesem Sieg. Ja, und das war es wieder von der YouTube-Bundesliga. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. . Vielen Dank.